Moin moin, liebe Gaming-Freunde. Willkommen zurück zu Hitman. Wir werden nun versuchen, die Gelegenheit dahinten zu nutzen, also die nächste mit dem Geheimtreffen. Und das ist verkleidet sich als Leibwächter. Ich habe noch nicht verstanden, was das jetzt eigentlich soll. Oh. Ja, was habe ich außer Sehen entzündet? Das habe ich gerne gemacht. Feuerwerk! Feuerwerk! Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Aber es ist Feuerwerk hier überall. Feuerwerk-Action! So, als Leibwächter wollte ich da voll sein. Moment, verteid mich doch alles da hinten, weil da hinten ist eine Box. Wisst ihr, was ich meine? So, das war schönes Feuerwerk, oder? Also, ich fand das Feuerwerk wunderschön. Ich muss schnell die Leiche wegziehen, weil da gerade die Leute kamen. So, jetzt muss ich mich beeilen, 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 beeilen. Wie lange geht denn das Feuerwerk? Alter Vater! Ich finde das wunderschön. Das ganze Feuerwerk. Ich mach das mal ganz easy. Und weg! Und weg! Hopp! Jetzt muss ich nur noch entkommen. Dann haben wir gut gehätschert und einen Ausgang finden. Wie komme ich denn zum Ausgang? Ohne jetzt, dass mich alle angreifen. Moin, Freunde! Wie komme ich denn da runter? Überall Ausgänge, wa? Ja, die erkennen mich aber alle, da drüben. Ich will doch nur einen Ausgang haben, wo ich hin kann. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich hab eine Idee, wo wir hingehen. Da müssen wir auch nur heile hinkommen, ohne jetzt erwischt zu werden. Das wäre natürlich schön, da hinten ist nämlich auch... Da unten ist der Steg da. Wisst ihr, was ich meine? Oh, wir sind so nah. Ich muss nur heile hier rauskommen. Okay. Wie komme ich da jetzt am besten runter halt? Natürlich habe ich nichts... Och. Ich will zum Ausgang. Das gibt's doch nicht. Ich will zu irgendeinem Ausgang. Ich will jetzt nicht kurz vor Ende scheitern. Dann weine ich. Dann weine ich bitter Tränen. Ja. Der Heli ist zu riskant. Oder komme ich da ran? Ja. Das war echt nicht so leicht, ne? Nur mal so. Wie war es in Moskau? Kamurov ist weg. Das war es in Moskau? Und das war es in Moskau? Das war es, dass du in Moskau hinterherstest. Lass dich, Viktor. Ihr Reputation ist sicher. Now run along. Ich bin sicher, dass du sehr schönes Dressen hast. Viktor. Glückwunsch mit dem Show. Ich habe das Gefühl, dass es derjenige wird, der für dich erinnern wird. Mission erfolgreich. Klavierspieler. Sauberer Schuss. Alle gekillt. Das ist ein Covermodel. Feuerspiel. Wir haben sehr viele Abgeschlossungen gemacht oder probiert. Schuppen. Verkleidet im Ankleidebereich. Was? Es gab einen Sniper? Das hätte so vieles erleichtert im Leben. Okay. Die habe ich leider nicht gefunden oder so. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Ich hätte gerne einen Sniper gehabt. Okay. Abschlussbericht. Okay. Eliminiert. Eliminiert. Bewertungen. Ich trau für nichts hier. Kills. Ach, man darf. Das gibt Punkte. Abzug. Ich habe 25 Punkte. Abzug. Äh, 5000. Das wusste ich gar nicht, dass ich das nicht darf. Ich dachte, es zählt nur die Mission zu schaffen. Ja, okay. Ich werde in Zukunft nie wieder Leute töten. Wie doof. Ja gut, Leute. Dann merken wir uns nie in Zukunft wieder Leute kaputte machen, ne? War es das jetzt schon mit dem Episode eigentlich? Dies und mehr erfahren wir in der nächsten Folge von Hitman. Nein, wieder nur ein Gag. Oh, ich habe gerade so ein richtig ekliges Gefühl. Ah. Ah. Okay, sorry. Kennt ihr das, wenn ihr einmal so einatmet und das irgendwie einmal so richtig durch den Körper zieht? Boah. Das habe ich gerade. Oh Gott. Oh. Ekelhaft. Digga. So. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Wir sind ernsthaft fertig. Als ob. Habe ich das jetzt bekommen, oder was? Ich glaube, ich habe das jetzt bekommen. Okay, Aufträge, Story. Irritierend. Irritierend ist das Wort. Okay, ich würde dann erstmal sagen, das war es tatsächlich mit Hitman. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich warte auf Episode 2 gespannt. Ähm. Ja. Ich finde das jetzt. Ich werde in Zukunft mit ab und an der Episode niemanden mehr umbringen. Das gab nur Minuspunkte und das ärgert mich ein bisschen. Das ärgert mich wirklich. Ah. Demnächst. Schwerer. Was? Eskalation. Do me, I dare you. Oder kann man noch was machen? Ich weiß es gar nicht. Aber laut Story sind wir durch. Ja. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit Au.